Auf der Grüetane? Im Ernst? Hast du die Lili gesehen? Wo ist sie? Komm, wir würden gerne weiter. Odin? Ah, da kommt sie. Ja, da kommt ja die Lili. Komm, Odin. Komm von deiner Tanne herunter. Ja, bist du gerade verschrocken, oder? Odin macht Lärm. Und jetzt, wo steckt er? Odin? Gerade noch auf der Tanne. Und schon ist er verschwunden. Ei, 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 ei. Ist sie doch noch gekommen. Ja, komm, Lili, komm. Odin, Gentleman. Gell? Ich giesse sie. Ich seh, dass du die Putz da reiß. Hm? Komm. Jungs, Mädels. Komm. 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 In den schattigen Wald ist es kühler. Hä? Viel kühler. Komm. Komm. Schnell in den Schatten. Hey. Hey, hey. Komm. Odin. Komm. Odin. Komm, Lili. Komm. Das gibt einen heissen Tag. Boah! Hm? Ja, Odin. Einen heissen Tag. Müllen wir jetzt eine Runde machen. Komm. Er kommt zum Gstrüpp aus. Ah, ich sehe. Du wartest, bis Lili kommt. Lili schaut nicht so wie es genug. Geht doch, ihr zwei. Er macht Lärm. Passiert aber nichts. Sag mal, wo bleibt er? Wo ist der Klingel? Was war so spannend? Ja. Odin! Müssen wir nicht auf diesen warten? Warten ist nicht zu deins. Odin! Warte! 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 Mal schauen, was er macht. Odin, komm! Komm, gehen wir ihm entgegen. Hey, Grosser, komm! Wo hast du dich verlauert? Bist du an einem Vogel noch? Und hast du Zeit aus den Augen verloren? Komm! Ja, die Lili ist auch immer noch da. Hey, ja. Du komm, jetzt bist du abgehauen, du. Kein Vorschlupf. Wenn du schon grosser bist, musst du dich in der Nähe bleiben. Ja. Gell, meinte. Ein Mini-Gross. Ja. Einmal haben wir noch gefunden. Super gemacht. Machen wir uns hier um die nachher. Hm? Was meinst du? Odin? Ja. 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 Jetzt müssen wir wieder auf die Lili warten. Du siehst. Hä? Auf einer von euch warte ich doch immer. Okay. Hast du noch etwas gefunden? Ja, gehen wir schauen. Ich warte noch auf die Lili. Oh meinst du. Warum zie ich hier liegen hier? Hey, meinte. Wohin dieses Weg ist? Du kannst auch klettern, ja natürlich kannst du auch klettern. Wie? Ich hätte ja niemand gesagt, dass du da nichts kannst. Du kannst auch klettern. Odin, komm. Ja, was guckst du heute? Komm. Die Lili hat noch etwas gefunden. Odin jagt irgendetwas. Du kannst auch noch etwas klettern. Du kannst auch etwas klettern. Nicht abrutschen, da mache ich schon immer kauft. Odin. 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 Der Hund ist vorbei. Hä? Komm. Ja komm. Ja komm, gehen wir weiter. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht, weil du weisst der Hund vorbei ist. Ah, du bist hier oben. Ja komm. Hey. Hey. Ja ja. Rührst du nun? Lilly. Mut tauchst du auf. Ja. 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 Ich muss arbeiten gehen. Ja, müssen wir abbrechen. Komm! Ja, schnell! Blende dir zu, komm! Kannst du auch nicht? Die Lili ist ja auch noch nicht da. So, so. Das ist dein Argument. Wo ist sie denn, die Lili? Na, nur geht's blöd. Dieses Argument fangt nicht. Die Lili ist da. Ja. Komm! Ordine! Ja, jetzt sind wir so weit der. Wir zwei halten. Ordine! Komm! Ja. Komm! Ja, genau. Komm! Löse dich vom Wald. Ganz gemerkt. Nehmen wir mal Abschied. Ja, jetzt. Aber alle lachen jetzt hoch. Es ist ein knurriger Haufen. Ja, es ist ein knurriger Haufen. Räum. Ja, es ist ein knurriger Haufen. All die aber vorher. Sie sind ein knurriger Haufen. Ja, es ist ein knurriger Haufen. Ja! Bei uns kommt die drei. Eine kommt die Maisel und woanders durch. Lili, komm! Komm, hopp, hopp! Seht ihr schon? Komm! Ich muss mich noch bereit machen, euch noch Lunch geben. Wie hat es mit euch zu tun? Komm! Komm! Meister! Wo? Komm! Odin! Ist das bequem? Hä? Ist es da? Komm! Hopp! Komm! Wo ist der Bese? Komm! Wir gehen mal Lili ab. Der kommt dann schon von Hause. Komm! 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 Odin! Hm? 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 Ja, ja. Hm. Komm! Tja, okay. Ja, muss ich voraus? Schafft ihr das alleine nicht? Ja, wirklich. Also komm! 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 Ich kann nicht gucken, ob es keinen Hund hat. Nein! Kein Hund! Komm! Lele! Odin! Hey! Als Erste jetzt ist es geschafft. Jetzt ruck als Erste! Lili! Ja! Gratuliere! Erste Platz, Lili! Hä? Ja! Erste Platz, Lili! Jetzt warten wir noch auf den Zwerg! Ja! Omae Pistum! Ja! Wie geht es denn, wie geht es denn? Nee! Ja! Mit dir schön! Ja! Mit dir Tauch! Ja! Bis zum Beispiel! Ja! Dissfriede! So, und jetzt müssen wir auf die Odin warten. Ja, genau. Das haben wir. Mein Gehörsen. Runter. Ja, Soudi. Nein, schau dir das an. Du siehst aus wie ein Herbstbaum. Bringst du das Spielzeug nachher mit rein. Ja, super. Ja, ja. Ja, ja. Mach ein bisschen Musik, gell? Ja. Hast du aufhine gemacht? Hast du aufhine gemacht? Ja. Hast du aufhine gemacht? Ja. Ja, und jetzt. Schauen wir mal wo Odin bleibt. Ja, wir warten schon alle. Ja, wir warten schon alle. Ja, wir warten schon alle. Ja. Ja, komm. Gehen wir mal wieder heim. Ja. So, fertig Ausflug. Tschüss miteinander. Ja, schnell. Oh, ja du, aber nicht mitten auf der Strasse, jetzt gehen wir nach Hause. Ja, 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 ja. Fröhlich und zufrieden. Fröhlich und zufrieden.